Das Vorwissen der Hörerschaft der FOP ist hochgradig heterogen. Einige Studierende haben sehr große Vorkenntnisse, viele andere wenig bis gar keine. Das ist die Hauptmotivate ION, in den ersten Vorlesungsterminen mit einer Programmiersprache namens Racket zu beginnen. Sie werden sehen, dass die Sprache Racket mit dem interaktiven Programm Dr. Racket Ihnen einen vergleichsweise leichten ersten Einstieg in die Thematik der FOP bieten wird. Auch diejenigen Teilnehmenden der FOP, die schon große Vorkenntnisse haben, werden die Sprache Racket und die dahinterstehende Denkweise wahrscheinlich noch nicht kennen und mutmaßlich interessant finden, hoffentlich sogar fasziniert sein. In der FOP geht es nicht vorrangig um das Programmieren, sondern es geht um die Appstherakte Denkweisen der Hände. Innerhalb weniger Vorlesungstermine werden wir uns eine grundlegende Appstherakte Denkweise der Informatik erarbeitet haben. Die Funkdionale Wir werden in diesem Kapitel erst den notwendigen programmiersprachlichen Konstderekte von Racket nacheinander besprechen und am Ende dann diskutieren, was wir eigentlich gesehen haben. Also was Funkdionale Appstherakte ION wirklich ist, Racket ist aber wie gesagt nur der Einstieg. Unser Hauptarbeitspferd in diesem Semester wird die Programmiersprache Java sein, die auf einer anderen Informatik-typischen Appstherakte IONs Weise beruht. Der objektorientierten Java uns die objektorientierte Appstherakte ION richtig zu vermitteln. Das erfordert fast ein ganzes Semester, daher die umfangreiche Beschäftigung mit Java. Das bedeutet aber nicht, dass wir Racket nach den einführenden Vorlesungsterminen aus den Augen verlieren. Im Gegenteil, es wird vielfältige Gelegenheiten geben, Java mit Racket, also objektorientiert mit Funkdionaleinsichtsbringend zu vergleichen und das Gemeinsame, aber auch das Unterschiedliche herauszuarbeiten. In den ersten einführenden Vorlesungsterminen werden wir bei weitem noch nicht alle Konzepte der Sprache Racket kennenlernen. Später bei Java wird es sich hin und wieder anbieten. Parallel zu den entsprechenden Java-Konzepten auch analoge Konzepte in Racket einzuführen, die in diesem Kapitel zu Funkdionale Appstherakt ION noch nicht thematisiert werden, aber auch das wird nicht ganz Racket umfassen, so wie wir auch nicht das ganze Java betrachten werden. Wir kommen also jetzt zu Racket und fangen mit einem ganz einfachen Thema an, das Sie aus der Schulmathematik kennen, elementare Arithmetik. Sie sehen, dass die vier Grundrechenarten in Racket realisiert sind, aber in etwas anderer Schreibweise. Der Operator steht nicht zwischen den beiden Operanten, sondern davor, und der ganze Ausdruck bestehend aus einem Operator und seinen Operanten wird zwingend in Klammern geschrieben. Rechts steht in jeder Zeile der Wert des jeweiligen Ausdrucks. Hier sehen Sie noch einen speziellen Punkt aus der Schulmathematik. Die Wiss ION zweier Zahlen ergibt im Allgemeinen eine rataionale Zahl, die mit einem übersteritsch als periodische Dezimalzahl geschrieben wird wie in der angelsächsischen Welt üblich, werden der ganzzahlige und der gebrochenzahlige Anteil einer Zahl nicht durch Gamma wie im Deutschen, sondern durch einen Punkt, den Dezimalpunkt voneinander getrennt. Diese arithmetische Operat ION kennen Sie vielleicht noch nicht aus der Schulmathematik. Sie wird auch nicht durch einen Operator, sondern durch ein Wort dargestellt. Bei dieser Operat ION müssen die beiden Operatoren ganzzahlig sein. Das Ergebnis ist der Rest. Bei ganzzahliger Divis ION die Zahl 3 passt 6 mal in die 20. Aber 6 mal 3 ist 18. Der Rest ist zweiter Ausblick. Es gibt noch eine Vielzahl von arithmetischen Funkteionen wie Modulo, von denen wir aber nur einige Ausgewählte betrachten werden mit dem Verständnis, das Sie hier erwerben, sollten Sie keine Probleme damit haben, sich die weiteren arithmetischen Funkteionen bei Bedarf mithilfe einer Rekete OKU selbst zu erschließen. In diesen weiteren Beispielen sehen Sie weitere nicht ganze Zahlen. Und Sie sehen auch, dass Zahlen negativ sein können, wie üblich angezeigt durch ein Minuszeichen vor dem Zahlenwert. Ausdrücke können wie in diesen Beispielen wiederum aus anderen Ausdrücken zusammengesetzt sein. Im ersten Beispiel ist der zweite Operant der Multiplicate ION wieder einfach nur eine Zahl. Aber der erste Operant ist eine Addit ION. Zweier Zahlen zuerst werden 2 und 3 addiert. Und das Ergebnis 5 wird dann mit 4 multipliziert. Auch hier müssen alle Klammern zwingend hingeschrieben werden. Die generelle Regel zur Klammerung ist, ein atomarer Bestandteil wie ein Operator oder eine Zahl wird niemals für sich allein in Klammern geschrieben. Aber ein zusammengesetzter Ausdruck wie der erste Operant der Multiplicate ION hier wird immer in Klammern geschrieben. Im dritten Beispiel sind beide Operanten zusammengesetzt. Zuerst werden 3 mit 4 multipliziert und 2 von 5 abgezogen. Die beiden Zwischenergebnisse 12 und 3 werden danach addiert. Auch zusammengesetzte Ausdrücke können wie der aus zusammengesetzten Bestandteilen bestehende erste Operant der äußeren Addit ION ist wiederum eine Addit ION. Deren Operanten ebenfalls zusammengesetzt sind. Zuerst werden 3 mit 5 bzw. 4 mit 6 multipliziert. Die Summe beider Teilergebnisse ergibt den ersten Operanten für die äußere Addit ION. Natürlich könnte das immer so weitergehen. Die Operanten der beiden Multiplicate IONen könnten ihrerseits wiederum beliebig komplex zusammengesetzt sein. Hier sehen wir erstmals, dass die Operatoren nicht unbedingt binär sind, also nicht unbedingt genau zwei Operanten haben müssen, sondern beliebig viele haben können. Auf dieser Folie sehen Sie überblicksweise die Ergebnisse. Wenn eine der vier Operanten mehr als zwei Operatoren hat, links sind vier beispielhafte Ausdrücke aufgeführt. Je einer für jede der vier Grundrechenarten rechts ist jeweils in normaler Schulmathematischer Notat ION das Ergebnis aufgeführt und wie es rechnerisch zustande kommt. Neben Modulo sehen wir jetzt eine zweite arithmetische Funkt ION. Die englische Abkürzung Square D steht für Square Root, also Quadratwurzel, und genau das berechnet diese Funkt ION. Wie Sie aus der Schulmathematik wissen, ist die Quadratwurzel der meisten nicht negativen Zahlen irradional und daher grundsätzlich nicht als Zahlenwert exakt darstellbar. In Racket werden Rechnergebnisse, die nicht exakt darstellbar sind, mit einem Hechmark und einem I vor dem Zahlenwert dargestellt. Die Kreiszahl Pi ist in Racket vordefiniert, da Pi ebenfalls eine irradionale Zahl ist. Steht auch hier Hechmark I vor dem Zahlenwert von Pi. Die Eulersche Zahl ist ebenfalls vordefiniert wie Sie an diesem Beispiel sehen. Steht das Minuszeichen einer nicht exakt darstellbaren negativen Zahl direkt hinter dem ersten, also direkt vor dem Zahlenwert. Wenn Sie die Ausdrücke auf der linken Seite in Dr. Racket eingehen, dann bekommen Sie sehr viel mehr Nachkommastellen zu sehen als auf dieser Folie. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden hier nur drei Nachkommastellen gezeigt und die weiteren Stellen jeweils durch drei Punkte nur angedeutet. Wir schauen uns kurz die Abstände zwischen den einzelnen bedeutungsderagenden Elementen an, damit Sie wissen, welche Freiheiten Sie bei der Setzung von Abständen haben und welche Regeln Sie einhalten müssen. In Dr. Racket können Sie an diversen Stellen in Ihrem Racket-Programm der Zeichen oder Zeilenumbruch einfügen. Generell ist auch das Tabulatorzeichen ein Witt-Espass. Das wird aber in Dr. Racket ignoriert. Spielt also für unsere Betrachtungen keine Rolle. Es gibt Stellen, an denen mindestens ein Witt-Espass stehen muss, damit für Dr. Racket und natürlich auch für menschliche Leser des Programms und zweideutig erkennbar ist, wo ein bedeutungsderagendes Element endet und wo das nächste beginnt. Aus demselben Grund kann Dr. Racket natürlich auch nicht zulassen, dass Witt-Espass in eine Zahl oder ein Wort eingefügt werden. Bislang bestanden alle Operatoren jeweils aus nur einem Zeichen. Wir werden aber sehen, dass es auch Operatoren gibt, die aus mehreren Zeichen bestehen. Auch in einen solchen Operator darf kein Witt-Espass eingefügt werden. Überall anderswo können Witt-Espass stehen. Und zwar beliebig viele. Das ist die Grundlage dafür, dass Racket-Programme übersichtlich formatiert werden können. Wir schauen uns diese Regeln an einem kleinen Beispiel an. An den hier mit Pfeilen gekennzeichneten Lücken muss jeweils mindestens ein Witt-Espass stehen. Denn unmittelbar davor und unmittelbar danach kommt jeweils ein bedeutungsderagendes Element. Und an allen Stellen, die nun mit Pfeilen gekennzeichnet sind, können beliebig viele Witt-Espass eingefügt werden. Dazu gehören auch die auf der letzten Folie gezeigten Stellen, an denen jeweils ein Witt-Espass stehen muss. Und so sieht das Beispiel aus, wenn wirklich nur die Witt-Espass in der Zeile sind, die unbedingt notwendig sind. Wir haben schon zwei vordefinierte Konstanten gesehen. P und E jetzt definieren wir selbst Konstanten. In den ersten drei Zeilen werden drei Konstanten definiert und in den letzten drei Zeilen verwendet. Offensichtlich ist der Schema immer dasselbe. Nach der öffnenden Klammer kommt in der Definite-Ao in einer Konstanten immer zuerst das Schlüsselwort Define. Dann kommt der Name der neuen Konstante. Da die Namen P und E schon vergeben sind, nennen wir die ersten beiden Konstanten etwas anders. Als drittes und letztes Element kommt dann der Wert der neuen Konstante. Wir machen es uns etwas einfach und tun so, als wären die Eulersche Zahl, die Kreiszahl und die Quadratwurzel von zwei exakt darstellbare Zahlen mit zwei Nachkommastellen. Genauso, wie wir die vordefinierten Konstanten P und E verwendet haben, können wir jetzt unsere selbstdefinierten Konstanten verwenden. Wie dieses Beispiel zeigt, kann der Ausdruck, der den Wert der neuen Konstanten definiert, auch wieder beliebig komplex sein. Grundsätzlich sollte jede Zahl außer vielleicht 0, 1 und minus 1 zu einer Konstanten gemacht werden. Den Grund sehen Sie in diesem fiktiven Beispiel stellen Sie sich vor, Sie haben ein Programm mit mehreren Melionen-Zeilen, in dem die Zahl 4 ein paar tausend Mal vorkommt. In der einen Hälfte der Fälle in der Bedeutung 4 Jahreszeiten. In der anderen Hälfte der Fälle in der Bedeutung 4 Mosketiere. Irgendwann im Laufe der Jahre, in denen das Programm genutzt wird, kommt vielleicht ein fünfter Mosketier hinzu. Das heißt, die Anzahl Mosketiere ist jetzt nicht mehr 4, sondern 5. Die Anzahl der Jahreszeiten bleibt natürlich bei viertem, wenn Sie konsequent überall im Programm die konstanten Namen Number of Seasons und Number of Musketeers verwendet haben. Dann ändern Sie die Anzahl der Mosketiere einfach in dieser einen Zeile ab und fertig. Falls Sie hingegen ein paar tausend Mal die Zahl 4 direkt hingeschrieben haben, dann müssen Sie sich eben jedes Vorkommen der Zahl 4 genau anschauen und entscheiden, ob das jetzt 4 Jahreszeiten oder 4 Mosketiere sind. Im ersten Fall bleibt die Zahl 4 unangetastet. Im zweiten Fall wird sie um 1 erhöht, wenn Sie auch nur bei einem einzigen der vielen tausend Vorkommen der Zahl 4 einen Fehler machen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Fehler extrem schwer und aufwendig zu finden sein wird, vielleicht erst nach Auslieferung an den Kunden auftritt. Der Name einer Konstante ist ein Bezeichner. Englisch Identifier Wir werden von jetzt an immer von Identifiern sprechen. In diesem Abschnitt geht es um die Regeln, nach denen Identifier in Regge gebildet werden dürfen. Das sind die vollständigen Regeln in Regge. Diese Zeichen haben Sonderbedeutungen in Regge und werden daher von Dr. Regge in Identifier nicht akzeptiert. Hatten wir schon im Zusammenhang mit Wittespas geklärt. Wittespas darf es in Identifier nicht geben. Zahlen sind eben Zahlen und können nicht als Identifier verwendet werden, da es sonst Zweideutigkeiten gäbe. So wie in diesen drei Beispielen gibt es keine Zweideutigkeiten mehr. Daher sind alle drei als Identifier zulässig. Das sind auch alle Einschränkungen für die Bildung von Identifiern. Über die Einschränkungen hinaus, die Dr. Racket der Bildung von Identifiern auferlegt, haben sich weitere Einschränkungen in Form von Convent-Ionen entwickelt. Das heißt, man kann problemlos gegen Convent-Ionen verstoßen. Dr. Racket macht keinen Ärger, aber um der besseren Verständlichkeit willen sieht man es als allgemein wünschenswert an, dass diesen Convent-Ionen gefolgt wird, weil das anderen Programmieren das Lesen ihres Programms erleichtert, wenn sie sich erst an die Convent-Ionen gewöhnt haben. Werden sie auch ihnen helfen, ihre eigenen Programme zu lesen. Wir haben bisher diverse vordefinierte arithmetische Funkt-Ionen verwendet. Bei einigen bestand der Name aus einem Operator wie Plus oder Komma, bei anderen aus einem Wort wie Module oder Squirti wie wir gelernt haben. Sind das alles Identifier, sowohl die Operatornamen wie auch die Funkt-Ions-Namen. Jetzt werden wir selbst Funkt-Ionen in Racket definieren. Und deren Namen sind ebenfalls Identifier. Das ist unsere erste selbst definierte Funkt-Ionen. Sie dehnt nur der Illust-Irad-Ionen und hat keinen wirklichen Sinn und Zweck. Diese Zeile ist die Definite-Ionen der neuen Funkt-Ionen. Wie bei Konstanten wird die Definite-Ionen mit Define eingeleitet. Hier gibt es jetzt aber einen Unterschied. Bei der Definite-Ionen von Konstanten steht an dieser Stelle ein einzelner Identifier ohne Klammern. Bei Funkt-Ions-Definite-Ionen steht hier ein Klammer-Ausdruck, der in der Regel mehrere Identifier nacheinander umfasst. Als drittes kommt ein Ausdruck, der angibt, welchen Wert die Funkt-Ionen zurückliefert. Das ist offensichtlich der Name der neuen Funkt-Ionen. Die letzten beiden Zeilen sind zwei Aufrufe dieser neuen Funkt-Ionen. Das zehnte in der Definite-Ionen der Funkt-Ionen-Add ist die 3 bzw. die 3.14 in den beiden Aufrufen. Unten im Aufruf mit 3 und 4 hat x intern den Wert 3, im Aufruf mit 3.14 und 2.71 den Wert 3.14. Analog gilt natürlich dasselbe für y. Das heißt, beim Aufruf mit 3 und 4 wird eben die Summe aus 3 und 4 zurückgeliefert, beim Aufruf mit 3.14 und 2.71 die Summe aus diesen beiden Werten. Die vordefinierte Funkt-Ionen-Check-Expect werden wir gleich von Anfang an bei jeder Funkt-Ions-Definite-Ionen nutzen. Das ist zwar nicht zwingend notwendig, Dr. Racket verlangt das nicht, aber sehr nützlich für die Entwicklung von fehlerfreier Software in Racket. Die Funkt-Ionen-Check-Expect hat zwei Parameter. Wenn die beiden Parameter unterschiedliche Werte haben, dann provoziert Check-Expect eine entsprechende Fehlermeldung von Dr. Racket solche Anwendungen von Check-Expect wie hier, bei denen der Wert aus dem Aufruf einer Funkt-Ionen mit dem erwarteten Resultat dieses Aufrufs verglichen wird. Prüfen also stichprobenartig ab, ob die neudefinierte Funkt-Aon wirklich das Ergebnis liefert, das sie soll. Wir müssen uns noch um die ersten zwei Zeilen kümmern. Das Semikolon hat in Racket eine Sonderbedeutung alles. Was von einem Semikolon bis zum Ende der Zeile einschließlich des Semikolons steht, wird von Dr. Racket als Kommentar verstanden. Das heißt, völlig ignoriert, als ob es gar nicht der wäre. Kommentare sind für menschliche Leser gedacht. Wir müssen Kommentare wie diese nicht hinschreiben. Dr. Racket wird das Programm auch ohne solche Kommentare genauso verarbeiten, aber sie erhöhen Lesbarkeit und Verständnis enorm. Das zweite Semikolon in den ersten beiden Zeilen ist nicht nötig. Es hat sich als Konvent-Aon herausgebildet, dass Kommentare, die die ganze Zeile umfassen, mit einem doppelten Semikolon eingeleitet werden, wohl um dem menschlichen Auge die Identifizierung des Kommentars zu erleichtern. Der Typ einer Funkt-Aon gibt vor dem Pfeil an, welche Typen die Parameter haben müssen, damit die Funkt-Aon korrekt Funkt-Aoniert und nach dem Pfeil gibt sie an. Welcher Typ zurückgeliefert wird? Das Wort Number bedeutet einfach, dass die Parameter X und Y Zahlen sein müssen und dass dann auch eine Zahl zurückgeliefert wird. Wir werden später weitere Typen-Nebenzahlen sehen. Wird für X oder Y beim Aufruf von Add keine Zahl übergeben, sondern etwas anderes, dann wird die Addit-Aon mit Operator Plus zu einer Fehlermeldung von Dr. Racket führen. Das passiert aber erst, wenn Dr. Racket versucht, die Addit-Aon auszuführen. Vorher prüft Dr. Racket nicht, ob X und Y wirklich Zahlen sind. Der Typ der Funkt-Aon sagt nur, von welchem Typ die Rückgabe sein wird. Aber sie sagt nicht, welcher Wert das konkret sein wird. Das wird in dieser Zeile DOK implementiert. Das ist ein grundsätzliches Prinzip in der Softwareentwicklung, das wir uns gleich bei unserer allerersten Funkt-Aon schon aneignen und bei jeder weiteren Funkt-Aon anwenden werden. Auch in Java das Prinzip heißt Design by Contract. Man stellt sich vor, dass der Entwickler einer Funkt-Aon mit dem Nutzer dieser Funkt-Aon einen Vertrag schließt. Wenn der Nutzer beim Aufruf der Funkt-Aon wie gefordert zwei Zahlen als Parameter eingibt und damit seinen Teil des Vertrags erfüllt, dann erfüllt der Entwickler ebenfalls seinen Teil des Vertrags. Indem er die Funkt-Aon so schreibt, dass sie den im Typ der Funkt-Aon angegebenen Rückgabetyp mit dem in Returns angegebenen Wert zurückliefert der Punkt ist. Falls der Nutzer der Funkt-Aon seinen Teil des Vertrags nicht erfüllt, also Parameter von anderen Typen eingibt, dann ist der Entwickler ebenfalls nicht an seinen Teil des Vertrags gebunden. Der Entwickler sagt also mit dem Vertrag, die Funkt-Aon prüft nicht ab, ob die beiden Parameter wirklich zwei Zahlen sind. Und sind sie es nicht, wird Dr. Reckett halt irgendwo in der Funkt-Aon-Ed einen Fehler liefern. Und wir wissen schon, wo das sein wird, beim Operator Plus. In diesem ersten einfachen, illustrativen Beispiel kann man sich das natürlich alles selbst denken. Was in diesen beiden Kommentarzeilen steht, aber bei deutlich komplexeren Funkt-Aonen wird es schon arg schwierig, diese Informat-Aonen durch Anschauen der Funkt-Aon selbst zu erschließen, und man kann sich dabei auch leicht irren. Ein zweites, sehr ähnlich gelagertes Beispiel, Divis-Aon statt Addit-Aon. Man kann bequem stichprobenartig die Korrektheit mit Check-Expect überprüfen, indem man den Quotienten, also das Ergebnis, mit dem Divisor multipliziert und das Ergebnis dieser Multiplikat-Aon dann mit dem Dividenden vergleicht. Neben Check-Expect gibt es auch Check-Era. Es gibt ja eine bestimmte Situation-Aon, in der die Divis-Aon einen Fehler produziert. Nämlich wenn der Divisor gleich Null ist. Solche Fälle sollten in der Kommentierung oben unter dem Stoffwort Präkondite-Aon ausgeschlossen werden. Der Aufruf von Check-Era hier provoziert Dr. Reckett zu einer Fehlermeldung. Wenn der Aufruf von Diverse im ersten Parameter nicht zu einer Fehlermeldung führt, die Fehlermeldung von Dr. Reckett muss als zweiter Parameter des Aufrufs von Check-Era übernommen werden. Und zwar wortwörtlich und in doppelte Hochkommas gesetzt. Der Einbau von Check-Era sowie hier überprüft, also stichprobenartig, ob die neu definierte Funkt-Aon auch in dem Fall korrekt Funkt-Aoniert. Wenn korrektes Funkt-Aonieren der Funkt-Aon-Diverse bedeutet, dass Dr. Reckett einen Fehler meldet. Ein weiteres Beispiel, in dem der Werte der Funkt-Aon durch einen etwas komplizierteren Ausdruck als bisher beschrieben wird. Dies ist jetzt auch das erste Beispiel einer Funkt-Aon, die man tatsächlich auch in einem realen Programm definieren würde. Nicht nur für Lernzwecke. Das ist jetzt noch eine dritte Form eines Checks. Neben Check-Expect und Check-Era im Prinzip ist das dasselbe wie Check-Expect. Aber Check-Expect Funkt-Aoniert nur für exakt darstellbare Zahlen. Wie wir schon gesehen haben, liefert die Funkt-Aon-Squerte im Allgemeinen eine nicht exakt darstellbare Zahl mit Hechmark und die vorneweg. Da die Quadratwurzel einer Zahl nun einmal im Allgemeinen Irrat-Aonal ist, deshalb ist es problematisch. Das Ergebnis von Euclid 2 mit einem exakt hingeschriebenen Wert zu vergleichen, denn den Wert, mit dem man vergleicht, sollte man natürlich nichts durch Aufruf von Euclid 2 bekommen haben, sondern auf einem anderen Weg. Sonst wäre der Vergleich ja witzlos und wenn der Vergleichswert nun auf einem anderen Weg berechnet wurde, kann es sein, dass er sich ganz hinten in den letzten dargestellten Nachkommastellen von dem Ergebnis von Euclid 2 unterscheidet, dann würde Check-Expect-Fail gehen. Obwohl nur eine numerische Ungenauigkeit vorliegt, wie der Name Check-Wedden schon andeutet, liefert dieser Test einen Fehler. Wenn der Wert seines ersten Parameters, hier also Aufruf von Euclid 2 nicht in gewissen Grenzen liegt, diese Grenzen sind durch den zweiten und dritten Parameter anzugeben. Der zweite Parameter gibt den Wert an, der ungefähr herauskommen sollte. Der dritte Parameter gibt die Toleranz an. Zum Beispiel im ersten Fall gelingt der Test genau dann, wenn der Wert des ersten Parameters im Bereich von 2.81 bis 2.83 ist. In der Praxis würde man die Grenzen typischerweise so eng ziehen wie im dritten Fall oder sogar noch enger, um zufällige Treffer möglichst auszuschließen. Neben Bemerkung, Reckett bietet auch komplexe Zahlen mit dem Wort Number im Vertrag, sagt man, dass ein beliebiger, auch komplexer Zahlenwert erlaubt ist. Mit Real hingegen, dass der Imaginärteil gleich 0 sein muss. Also eine reelle Zahl, die Funkt Aon Euclid 2 würde auch für nicht reelle Zahlen technisch Funkt Aonieren. Diese sind durch den Vertrag allerdings ausgeschlossen. Der Grund ist, dass der Name irreführend wäre, denn beliebige komplexe Zahlen x und y müssen nach Definit Aon der Euclidischen Norm vor der Quadrierung erst in den Betrag gesetzt werden. Hier ein nochmals etwas komplizierteres Beispiel. Die Euclidischen Norm eines 3-Diamonds-Aonalen Anstelle eines 2-Diamonds-Aonalen Vektors was Reckett angeht, gibt es auf dieser Folie nichts Neues. Zum Abschluss dieses Abschnitts noch ein Beispiel, das sicherlich deutlich demonstriert, dass es zwischen Operatoren und Funkt Aonen in Reckett eigentlich gar keinen Unterschied gibt. Das Prozentzeichen allein ist ein korrekter Identifier und ist als Identifier auch nicht für andere Zwecke vordefiniert. So dass wir einer Funkt Aon einfach das Prozentzeichen als Funkt Aons Namen geben können. Diese Wahl ist kein Zufall, denn wie wir im Java-Tal sehen werden, ist das Prozentzeichen in einigen gängigen Sprachen und darunter eben auch Java, der Operator für den Rest bei ganzzahliger Divis Aon. Die Operatoren für Restbildung bei ganzzahliger Divis Aon müssen logischerweise ganzzahlig sein. Was durch das englische Wort Integer ausgedrückt wird, das Ergebnis ist ebenfalls eine ganze Zahl. So wie wir Funkt Aon bisher eingeführt haben, können Sie nur einfachste Berechnungen wie beispielsweise die euclidischen Norm eines Vektors leisten. Für komplexere Berechnungen müssen wir eines der elementarsten Appstirakten-Konzepte der Informatik überhaupt verstehen, Rekurs Aon. Dies ist unser erstes Beispiel, das Sie wahrscheinlich aus der Schule kennen, die Fakultät einer natürlichen Zahl. Durch Natural statt Number drücken wir im Kommentar aus, dass der Parameter eine natürliche Zahl sein muss und dass die Rückgabe dann ebenfalls eine natürliche Zahl ist. Die Menge der natürlichen Zahlen umfasst die Null. Prinzipiell kann man die mathematische Fakultätsfunkt Aon auf zwei Arten definieren. Entweder als Produkt aller Zahlen von 1 bis n oder so wie hier wir sehen, dass es auch in der Schulmathematik schon Rekurs Aon gibt. Die Definit Aon der Fakultät von n wird zurückgeführt auf die Fakultät einer anderen Zahl. Konkret n1-Rekurs Aon heißt auch nichts anderes als zurücklaufen. Man geht sozusagen einen Schritt zurück von n nach n1. Wir werden immer wieder so wie hier eine schöne Eigenschaft von Rekurs Aon sehen, dass man die Appstirakte Definit Aon 1 zu 1 in eine Racketfunkt Aon umsetzen kann. Wir sehen eine Racketfunkt Aon namens if. Die Funkt Aon if hat drei Parameter neben Bemerkung. Streng genommen ist if keine Funkt Aon in Racket, sondern eine Sonderform. Aber der Unterschied ist für uns hier unerheblich. Daher betrachten wir if einfach als eine Funkt Aon wie die, die wir schon kennengelernt bzw. selbst definiert haben. Der erste Parameter muss einen Wahrheitswörter zurückliefern. Also wahr oder falsch, Englisch true oder false, das sieht in Reket so aus, wie wir es nach allem bisher Gesagten sicherlich auch erwartet hätten. Zuerst der Vergleichsoperator, danach die beiden Operanten. Alles zusammen in Klammern, da es ja ein zusammengesetzter, kein atomarer Ausdruck ist. Der zweite Parameter ist hier ein atomarer Ausdruck. Also keine Klammern drumherum, das ist der Wert, den die if-Funkt Aon zurückliefert in dem Fall, dass der erste Parameter true ergibt hier konkret liefert if und damit fiktorial eine 1 zurück, falls n gleich 0 ist, und das ist ja auch korrekt. Den Wert des dritten Perimeters liefert if hingegen zurück, falls der erste Parameter false ergibt, im konkreten Fall also falls n ungleich 0 ist nach Vertrag ist n eine natürliche Zahl, daher darf die Funkt Aon davon ausgehen, dass n eine positive ganze Zahl ist, wenn n ungleich 0 ist denn wenn n kleiner 0 ist, dann hat der Nutzer der Funkt Aon-Fiktorial seinen Teil des Vertrags nicht erfüllt und daher muss auch Fiktorial dann nichts Vernünftiges machen. Natürlich prüfen wir wieder stichprobenartig die Korrektheit des Ergebnisses. Wichtig dabei ist, dass wir immer auch die Randfälle mit abprüfen. Der Randfall hier ist der Fall, dass der Parameter den Wert 0 hat. Für Parameterwert 4 schauen wir uns einmal an, wie das Ergebnis schrittweise von Dr. Reckert berechnet wird. Da 4 ungleich 0 ist, ist die Fakultät von 4 nicht gleich 1, sondern gleich der Fakultät von 3 multipliziert mit 4. Genau dasselbe passiert beim Parameterwert 3 und beim Parameterwert 2 und auch noch einmal beim Parameterwert 1. Im Fall 0 hingegen wird der Wert 1 eingesetzt. Ab jetzt ist das Ganze ein ganz normaler arithmetischer Ausdruck, der im Weiteren dann schrittweise ausgewertet wird, wie wir es zu Beginn schon bei arithmetischen Ausdrücken gesehen haben. Bis jetzt haben wir nur einzelne Zahlen als Daten gehabt. Wir werden auch noch andere Datentypen außer Zahlen sehen, aber zunächst einmal lernen wir eine Struktur kennen, in der einzelne Daten zu ganzen Sequenzen von Daten zusammengefasst werden können. Der Fachbegriff dafür lautet, Listen Sie Zusammenfassung Listen. In Reckert sind Listen ein eingebautes und sehr einfach zu verwendendes Konsterokt. Auf dieser Folie sehen wir schon alles, was wir brauchen, um Listen entweder als Ganzes oder schrittweise einzurichten. Wir haben schon die Definite AON von Konstanten kennengelernt. Zuerst das Wort Define, dann der Name der neuen Konstanten. Die Funkt AON-List kann beliebig viele Parameter haben. Sie richtet eine Liste aus ihren Parametern an. Die Konstante List 1 ist also eine Liste, die aus diesen sechs Zahlen besteht. Mit der Funkt AON-Kons kann man aus einer Liste eine neue Liste bauen. Die Funkt AON-Kons hat zwei Parameter, und der zweite Parameter muss zwingend eine Liste sein. Sonst beendet Dr. Reckert die Auswertung mit einer Fehlermeldung. Das Ergebnis von Konst ist eine Liste, deren erstes Element der erste Parameter von Konst ist. Und die weiteren Elemente der Ergebnisliste sind genau die Elemente im zweiten Parameter, und zwar in derselben Reihenfolge. Das Ergebnis der ersten vier Zeilen, das in List 4 zusammengesammelt ist, ist also identisch mit dem, was wir erhalten hätten, wenn wir die drei neuen Elemente von vornherein der Funkt AON-List mit übergeben hätten, in umgekehrter Reihenfolge natürlich. Wie gesagt, braucht Konst immer zwei Parameter, und der zweite Parameter muss eine Liste sein. Man kann auch eine einelementige Liste mit Konst einrichten, indem man die vordefinierte Konstante MT verwendet. Die Konstante MT ist ein Name für die leere Liste. In dieser Zeile wird List 5 also eine Liste zugewiesen, die aus der 2 und keinen weiteren Elementen gebildet ist. Diese zwei nützlichen Funkt AONen werden wir oft benutzen. Beide haben genau einen Parameter und beide erwarten, dass der Parameter eine nicht leere Liste ist. Wie die Namen schon andeuten, liefert die Funkt AON first das erste Element der Liste zurück, und die Funkt AON rest liefert eine Liste zurück, die alle Elemente des Parameters außer dem ersten enthält, und zwar in derselben Reihenfolge wie im Parameter. Eine erste einfache, beispielhafte Funkt AON auf Listen, die erwartet, dass alle Elemente der Liste Zahlen sind, und alle diese Zahlen aufsummiert. Unten steht der zentrale Teil der Racket Implementat AON. Oben eine Beschreibung des Ergebnisses in Deutsch. Die Summe über eine leere Menge von Summandern ist in der Mathematik als Null definiert. Das ist keine Willkür, sondern passt genau zu solchen rekursiven Definite AONen wie hier. Wenn die Liste hingegen nicht der ist, dann kann man die Summe rekursiv definieren als die Summe aus dem ersten Element und der Summe der Elemente der Restliste. Wie man sicher schon erahnen kann, ist auch hier die Recke Definite AONen praktisch eine direkte Umsetzung der obigen informellen Beschreibung. Eben haben wir den Kern gesehen. Das ist jetzt die gesamte Definite AON dieser Funkt AON. Das ist neu. Der Parameter soll nicht eine Zahl sein, sondern eine Liste von Zahlen zur klaren Abgrenzung von anderen Bestandteilen des Funkt AONstyps setzen wir Typnamen, die aus mehreren Wörtern bestehen, zweckmäßigerweise in Klammern. Selbstverständlich überprüfen wir stichprobenartig das Ergebnis der neu definierten Funkt AON-SUM und vergessen dabei die Randfälle nicht. Randfall hier ist der Fall, dass die Liste leer ist. Die Funkt AON-Mt-Fragezeichen ist vordefiniert als Parameter erwartet sie eine Liste sie liefert einen Wahrheitswert zurück. Und zwar genau dann true, wenn der Parameter eine leere Liste ist. Bei einer leeren Liste soll wie gesagt 0 herauskommen. Das ist sozusagen die wörtliche Umsetzung der Beschreibung der Summe einer nicht leeren Liste als die Summe aus dem ersten Element und der Summe aus den weiteren Elementen. Die Summe aus den weiteren Elementen mit Rekurs AON lässt sich diese Formulierung 1 zu 1 in einen Reket-Ausdruck übersetzen. So kann man sich die Auswertung der Funkt AON-SUM für eine konkrete Liste vorstellen. Da die Liste nicht der ist, ist ihre Summe gleich der Summe aus dem ersten Element und der Summe über die Elemente der Restliste. Für diese Restliste mit vier Elementen gilt dasselbe. Genauso für die Restliste mit drei Elementen und so weiter. Nach insgesamt so vielen Schritten, wie die Liste lang ist, ist die leere Liste erreicht und das Ergebnis ist null. Da ist das Ganze wieder ein ganz normaler arithmetischer Ausdruck, der ganz normal schrittweise ausgewertet wird. Wir halten noch einmal den entscheidenden Aha-Effekt fest. So wie vorher die Fakultät einer natürlichen Zahl, so lässt sich auch die Summe der Elemente einer Liste auf sicherlich natürliche und leicht verständliche Weise rekursiv in Deutsch beschreiben und diese Beschreibung lässt sich eins zu eins in eine rekursive Racket-Funkt-AON umsetzen. Ein zweites Beispiel für rekursive Funkt-Aonen auf Listen, aus einer Liste von Zahlen soll eine Liste mit den Quadratwurzeln dieser Zahlen aufgebaut werden. Wenn die Liste der Zahlen leer ist, ist natürlich auch die Liste der zugehörigen Quadratwurzeln leer. Bei einer nicht leeren Liste kann man das Ergebnis wieder rekursiv beschreiben, die Quadratwurzel des ersten Elements verbunden mit dem Ergebnis für die Restliste. Und auch hier kann man wieder erahnen, dass die Racket-Definit-AON diese informelle Beschreibung eins zu eins umsetzt. Das ist die gesamte Funkt-AON. Diesmal ist nicht nur der Parameter, sondern auch die Rückgabe eine Liste. Für jedes Element der Eingabeliste soll die Ergebnisliste ein Element haben, und zwar an derselben Post-AON in der Liste. Und das Element der Ausgabeliste an einer bestimmten Post-AON ist die Quadratwurzel aus dem Element in der Eingabeliste an derselben Post-AON. Die Checks dienen auch immer gut als Beispiele dafür, was die Funkt-AON leisten soll. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, wie das Returns im Vertrag genau zu verstehen ist, kann man hier noch einmal sein Verständnis überprüfen, vorausgesetzt, es sind tatsächlich aussagekräftige Checks definiert. Und auch hier vergessen wir den Randfall nicht. Die Quadratwurzeln einer leeren Liste ergeben natürlich ebenfalls eine leere Liste. Hier wird die leere Liste in Form der uns schon bekannten vordefinierten Konstanten-Ompte zurückgeliefert, falls List leer ist. Mit der Funkt-AON-Kons lässt sich die Ergebnisliste aus der Quadratwurzel des ersten Elements und den Quadratwurzeln der weiteren Elemente zusammenbauen. Die Liste der Quadratwurzeln der weiteren Elemente wird wieder durch rekursiven Aufruf berechnet. Die Auswertung ist völlig analog zur Funkt-AON-S am Ebenen, nur dass die Null durch Ompte und das Plus durch Cons ersetzt ist und dass anstelle der Zahlen selbst nun ihre Quadratwurzeln betrachtet werden. Noch einmal der entscheidende Aha-Effekt. Das Ergebnis lässt sich rekursiv beschreiben und diese Beschreibung lässt sich 1 zu 1 in eine rekursive Racket-Funkt-AON übersetzen. Ein weiteres Beispiel für rekursive Funk-Aonen auf Listen. Eine Filter-Funkt-AON sie heißt so, weil sie Elemente aus einer Liste nach einem gegebenen Kriterium her ausfiltert. Wir lassen die informelle rekursive Beschreibung des Ergebnisses in deutscher Sprache von jetzt an aus. Nach den bisherigen Beispielen sollten sie problemlos in der Lage sein. Die rekursive Funk-AON umgekehrt in eine informelle rekursive Beschreibung in Deutsch zu übersetzen. Hier sehen Sie, wie sinnvoll es für die Abgrenzung zu anderen Bestandteilen des Funk-AON-Typs ist, dass List of Number in Klammern gefasst ist. Auf die Checks kommen wir gleich noch zu sprechen. Aus Platzgründen schreiben wir auf diese Folie erst einmal nur einen Check. Wir sehen, die Ergebnisliste besteht aus allen Elementen der Eingabeliste, die kleiner als 5 sind. Wenn die Eingabeliste leer ist, dann ist natürlich auch die Ergebnisliste leer. Der Fall, dass die Eingabeliste nicht der ist, ist etwas komplexer abzuhandeln. Hier brauchen wir wieder eine Fallunterscheidung, also die F-Funkt-AON. Wir haben schon den Operator gleich für Test zweier Werte auf Gleichheit gesehen. Der Operator kleiner macht ebenfalls das, was Sie aus der Schulmathematik erwarten würden. Er liefert einen Wahrheitswert zurück, und zwar genau dann True, wenn der erste Parameter kleiner als der zweite Parameter ist. In dem Fall, dass das erste Element der Liste kleiner als der zweite Parameter, also kleiner als x ist, sieht die Rekurs-AON wie bisher aus. Das erste Element plus rekursive Anwendung auf die Restliste. Aber wenn das erste Element nicht kleiner als x ist, dann soll es hier ausgefiltert werden. Das geht ganz einfach, indem wir den rekursiven Aufruf auf der Restliste allein zum Gesamtergebnis machen. Das erste Element taucht wie gewünscht in der Ergebnisliste nicht mehr auf. Die Auswertung mit einer konkreten Liste ist dann wieder völlig analog zu den vorherigen Beispielen. So wie in diesen beiden Schritten, mit dem Wert 2 kleiner 5 bzw. 3 kleiner 5, sieht die Auswertung aus, wenn das erste Element der Liste kleiner als der Vergleichswert ist. Und in diesen beiden Fällen verschwindet der Wert 7 bzw. 5 einfach aus der weiteren Betrachtung, eben herausgefiltert. Wir kommen wie versprochen jetzt noch einmal auf das stichprobenartige Überprüfen der Korrektheit, den Funkt-AON lässt den Only mittels Check-Expect zurück. Bei dieser Funkt-AON gibt es mehrere grundsätzlich unterschiedliche Fälle, die vielleicht sicherheitshalber eine Überprüfung wert wären und deren Überprüfung mit Check-Expect auch das Verständnis des Lesers weiter fördern. Wichtig sind wieder die Randfälle. Ein potenziell relevanter Randfall ist, dass die Ergebnisliste leer ist, obwohl die Eingabeliste nicht leer ist. Oder auch von umgekehrter Randfall, dass alle Elemente der Eingabeliste sich in der Ergebnisliste wiederfinden. Auch wenn das Vorzeichen der beteiligten Zahlen eigentlich keine Rolle spielen sollte, kann es nicht schaden, auch hierzu variieren. Und natürlich wie immer den Fall überprüfen, dass die Eingabeliste selbst schon leer ist. Das ist noch einmal dieselbe Funkt-AON lässt den Only wie eben, nur etwas anders realisiert, mit einem neuen Konst-Deroct namens CONT. Das ineinander geschachtelt, if sie in der ersten Realisierung von Let's Den Only oft vereinfacht. Vergleichen Sie diese Realisierung von Let's Den Only beim Durchgehen Punkt für Punkt mit der ersten Realisierung vor ein paar Folien, die nur if benutzt hat. Ein CONT-Ausdruck beginnt mit dem Wort CONT und ist insgesamt in runde Klammern gefasst, so wie es ja bei allen zusammengesetzten Ausdrücken der Fall ist. Das CONT-Konst-Deroct ist anders aufgebaut, als gewöhnliche Funkt-Aonen nach dem CONT kommen mehrere Fälle in einer Art Fallunterscheidung. Jeder Fall ist in eckige Klammern gefasst. Dies ist der erste Fall. Jeder Fall besteht aus zwei Ausdrücken. Der erste Ausdruck in einem Fall muss einen Wahrheitswert zurückliefern. In diesem konkreten Fall liefert der Ausdruck genau dann TRUE zurück, wenn die Liste leer ist. Falls der erste Ausdruck TRUE zurückliefert, falls die Liste also leer ist, dann ist UMTTI der Wert des gesamten CONT-Ausdrucks. Also, falls die Eingabeliste leer ist, dann ist auch die Ergebnisliste leer. Falls der erste Fall nicht eintritt, falls also die Eingabeliste nicht leer ist, dann wird der zweite Fall geprüft. An dieser Stelle wissen wir definitiv, dass die Liste nicht leer ist, denn sonst wäre der erste Fall eingetreten und der zweite Fall gar nicht geprüft worden. Also können wir FUNKT ION First ohne Fehler auf die Eingabeliste anwenden und das erste Element mit X vergleichen. Und falls der zweite Fall tatsächlich eintritt, falls also die Liste nicht leer ist und das erste Element kleiner als X ist, dann wird mit dem Rest der Liste rekursiv weitergemacht und das erste Element an die Ergebnisliste vorne angehängt. In einem letzten Fall kann man noch angehen, was der Gesamtwert des CONT-Ausdrucks sein soll, falls keine vorangehenden, explizit abgefragten Fälle eintritt. In diesem Beispiel tritt der ELSE-Fall ein. Wenn die Eingabeliste nicht leer ist und das erste Element nicht kleiner als X ist, dann gehört das erste Element nicht zur Ergebnisliste. Achtung, falls kein ELSE-Teil vorhanden ist, aber keiner der abgefragten Fälle eintritt, gibt es einen Fehler, falls die abgefragten Fälle nicht jeden möglichen Fall abdecken. Sollte also immer ein ELSE-Teil dabei sein. Auch hier wieder derselbe AHA-Effekt. Wenn man das Ergebnis mit dem Stilmittel der Rekurs ION beschreibt, kann kann man diese Beschreibung eins zu eins in eine rekursive Reket-Funkt ION übersetzen. Nur noch ein Beispiel für eine rekursive Funkt ION auf Listen, die zwei Listen prozessiert, nicht nur eine. Das sind die beiden Listen, wir nennen sie List 1 und List 2. Das Wort Bolean kennen wir noch nicht in vielen Sprachen. So auch in Reket und Java, ist das der Name für den Datentyp. Der nur die beiden Wahrheitswerte True und False umfasst, benannt ist dieser Datentyp nach einem englischen Mathematiker des 19. Jahrhunderts namens George Bohle, der sich intensiv mit mathematischer Logik befasst hat. Im Deutschen nennen wir einen Wahrheitswert auch einen Bullshin-Wert. Die beiden Kürzel Hashmark T und Hashmark F stehen für die beiden Wahrheitswerte. True und False, wir erinnern uns, dass das Hashmark nicht Bestandteil von Identifiern sein darf, so dass es hier von vornherein nicht zu Zweideutigkeiten kommen kann. Das Wort F mit doppeltem F ist eine gängige Abkürzung für das englische Consterectif. And only if, es besagt also, dass die beiden miteinander verknüpften Aussagen äquivalent sind. Der erste Aussage ist genau dann wahr, wenn die zweite Aussage wahr ist. Im ersten CheckExpect sehen wir zwei Listen, die an der dritten PostIO an denselben Wert haben. In diesem Fall soll True herauskommen gemäß Ritterns Klausel. Jetzt zwei Listen, die gleich lang sind, aber keine PostIO mit demselben Wert haben, also erwünschtes Ergebnis False. Auf jeden Fall sollten die beiden Fälle extra abgeprüft werden, dass die erste Liste länger als die zweite und umgekehrt ist. Wieder eine Fallunterscheidung mitkommt. Wenn bis dahin nicht eine PostIO mit demselben Wert in beiden Listen gefunden wurde, dann wird irgendwann der Fall eintreten, dass eine der beiden Listen zu Ende ist. Zum Beispiel die erste, da keine weiteren gemeinsamen PostIO existieren, kann das Ergebnis dann nur False sein. Es kann natürlich auch die zweite Liste sein, die vor der ersten Liste zu Ende ist, dann greift der zweite Fall. Und wenn beide Listen zugleich zu Ende sind, ohne dass an irgendeiner PostIO bis dahin derselbe Wert gefunden wurde, dann würden die ersten beiden Fälle im Kontausdruck greifen, aber der erste Fall wird vor dem zweiten Fall geprüft. Was in diesem Fall egal ist, da beide Fälle dasselbe zurückliefern, nämlich False. Im dritten Fall des Kontausdrucks wissen wir aufgrund der ersten beiden Fälle, dass beide Listen nicht leer sind, so dass FunktIO in First auf beide Listen problemlos anwendbar ist. Um die beiden ersten Elemente miteinander zu vergleichen im ersten CheckExpect greift dieser Fall an der dritten PostIO und das Ergebnis ist True. Falls beide Listen nicht leer sind und die Elemente an der ersten PostIO in der beiden Listen nicht identisch sind, ist das Gesamtergebnis gleich dem Ergebnis für die beiden Restlisten, welches wieder durch rekursiven Aufruf ermittelt wird. Hier sehen Sie die rekursive Auswertung der ersten beiden CheckExpect. Im dritten Durchlauf ist die ursprünglich dritte PostIO und jetzt die erste. Die beiden Werte an der ersten PostIO sind identisch. Der dritte Fall des Kontausdrucks tritt also ein, daher ist das Ergebnis True. Im zweiten CheckExpect kommen hingegen beide Listen im vierten Durchlauf bei Empty an und das Ergebnis ist False. Nun die letzten beiden CheckExpect. In beiden Fällen kommt die eine Liste an ihr Ende und die andere noch nicht. Durch daher greift der erste beziehungsweise der zweite Fall im Kontausdruck, Gesamtergebnis also False. Und wieder der Aha-Effekt. Man kann das Ergebnis, das herauskommen soll, rekursiv definieren und diese rekursive Definite Ion 1 zu 1 in eine rekursive Racket Funkt Ion umsetzen. Jetzt kommt neben Zahlen und Bolean ein neuer Datentyp, Strings, also Zeichenketten. Wir führen Strings dadurch ein, dass wir die Funkt Ion Equal-Etsampled Ion noch einmal realisieren. Diesmal für Strings statt für Zahlen aus Platzgründen lassen wir hier die Returns-Klausel des Vertrags aus. Sie ist identisch mit der in der ersten Implementart Ion von Equal-Etsampled Ion. Das sind jetzt die Strings. Strings sind beliebige endliche Sequenzen von Zeichen in doppelten Hochkommas. Das müssen nicht wie hier Kleinbuchstaben sein, sondern können genauso auch Großbuchstaben, Ziffern, Interpunkt Ions-Zeichen, Wittespass und vieles andere sein. Ein Beispiel für einen komplexer gebauten String haben wir bei Checkerra gesehen. Wir benutzen Strings hier nur als Beispielmaterial und gehen deshalb erst einmal nicht weiter darauf ein. Später, bei Java, werden wir uns Strings genauer ansehen. Abgesehen davon, dass die beiden Parameter der Funkt Ion nun Listen von Strings und nicht Listen von Zahlen sein sollen, hat sich eigentlich nicht viel verändert. Wie gesagt, aus Platzgründen lassen wir das Returns aus. Der Test auf Gleichheit sieht bei Strings allerdings etwas anders aus. Das Gleichheitszeichen leistet nur bei Zahlen den Test auf Gleichheit. Bei Strings hat der Test diesen Namen, das Wort String gefolgt von einem Gleichheitszeichen und einem Fragezeichen. Mit Struts lassen sich mehrere Konstanten zu einer Einheit zusammenfassen. Diese Konstanten dürfen durchaus von verschiedenen Werten sein. Wir sehen uns dieses Zusammenfassen von Konstanten an einem Beispiel an. Mit DefineSt wird gesagt, dass dies nicht wie bisher die Definite Ion einer Konstanten oder einer Funkt Ion, sondern eben eines Structtyps ist. Wie bei der Definite Ion von Konstanten folgt der Name des neuen Structtyps. In diesem Fall ist der Name Student auch Namen von Structtypen sind Identifier und unterliegen daher exakt denselben Regeln wie Namen von Konstanten und Funkt Ionen. Wir folgen der Konvent Ion für Identifier und schreiben den Namen ganz in Kleinbuchstaben. Das sind die einzelnen Bestandteile, die wir einem Struct vom Typ Student geben wollen. Nachname, Vorname und Matriknummer Wir nennen diese Bestandteile im Weiteren die Attribute von Student. Sie werden in Klammern einfach aufgezählt, ohne Komma oder ähnliches. Dies ist eine ganz normale Definite Ion einer Konstanten, die den Namen Alf Danner bekommt. Aber der diese konstante definierende Ausdruck sieht jetzt ganz anders aus als bisher, weil Alf Danner eben ein Struct vom Typ Student sein soll. Bei Einrichtung eines Structtyps richtet Dr. Reckett automatisch auch diese Funkt Ion ein. Der Name dieser Funkt Ion ist immer mehr gefolgt von einem Bindesterich und vom Namen des Structtyps. Hier also Student. Diese Funkt Ion liefert einen Struct vom Typ Student zurück. Sie hat so viele Parameter, wie der Structtyp Attribute hat und initialisiert die Attribute des neuen Struz mit den Werten seiner Parameter und zwar genau in derselben Reihenfolge wie in der Definite Ion des Structtyps. Der erste Parameter initialisiert das erste Attribut. Der zweite Parameter initialisiert das zweite Attribut und so weiter. Für jedes Attribut wird eine weitere Funkt Ion automatisch eingerichtet, deren Namen sich aus dem Namen des Structtyps und dem Namen des jeweiligen Attributs zusammensetzt, verbunden durch einen Bindesterich. Jede dieser Funkt Ionen hat einen Parameter und der muss von eben diesem Structtyp sein, sonst bricht Dr. Recket mit einer Fehlermeldung ab. Die jeweilige Funkt Ion liefert den Wert, den dieses Attribut im Parameter hat. Jede dieser drei Checks wird daher erfolgreich sein. Zum Abschluss der Einführung von Struz eine kleine Anwendung. Eine Filter Funkt Ion Wir hatten schon eine erste Filter Funkt Ion Lestern-Only gesehen, die eine Liste von Zahlen als ersten Parameter bekam und alle Zahlen herausgefiltert hat, die nicht kleiner als der zweite Parameter sind vergleichen Sie jene Funkt Ion mit der auf dieser Folie Punkt für Punkt. Die Eingabe ist jetzt eine Liste, deren Elemente von beliebigen Typen beliebig gemischt sein können. Das könnten Zahlen sein, Strings, Bolean-Werte und auch Struts von verschiedenen Structtypen. Diese völlige Beliebigkeit wird im Vertrag mit dem englischen Wort Eni ausgedrückt. Wir schreiben Eni in Großbuchstaben, weil Eni in Kleinbuchstaben beispielsweise auch der Name eines Structtyps sein könnte, der die Konvent Ionen für Namensgebung einhält, sodass in diesem Fall nicht klar wäre, ob Eni dann der Structtyp wäre oder eben die eigentlich hier gemeinte Sonderbedeutung für beliebig gemischte Typen hätte. Solange wir die schon erwähnten Konvent Ionen für Identifier einhalten, gibt es hier keine Zweideutigkeit. Es sollen alle Elemente der Liste herausgefiltert werden, die nicht vom Typ Student sind. Das Ergebnis ist also eine Liste von Student. Die Behandlung der leeren Liste ist unabhängig davon, was die Filter Punkt Ion genau machen soll. Das ist noch eine letzte, bisher noch nicht erwähnte Punkt Ion, die bei der Einrichtung eines neuen Structtyps automatisch mit eingerichtet wird. Sie hat einen Parameter und liefert einen Bolean-Wert zurück, und zwar genau dann True, wenn der Parameter vom Typ Student ist. Daher ist das erste Element genau dann in der Ergebnisliste, wenn es vom Typ Student ist. Und wieder der Aha-Effekt. Die Racket-Funkt Ion setzt die informelle Beschreibung des Ergebnisses 1 zu 1 um. Wir haben auf der letzten Folie eine Typabfrage kennengelernt, nämlich das Wort Student mit einem Fragezeichen. Jetzt schauen wir uns das Thema ganz kurz systematisch an. Hier sind die für uns relevanten vordefinierten Typabfragen. Typabfragen sind immer auf dieselbe Art benannt. Der abgefragte Typ und ein Fragezeichen. Diese Funkt Ion liefert genau dann True, wenn x eine Zahl ist. Wir hatten schon gesagt, dass auch komplexe Zahlen in Racket eingebaut sind will man speziell abprüfen. Ob x eine reelle Zahl ist, also imaginär Teil 0, dann muss man so fragen. Wir hatten ebenfalls schon gesehen, dass es in Racket-Zahlen gibt, die exakt dargestellt werden können, und solche, bei denen das nicht möglich ist. Die ersteren sind die radeionalen Zahlen diese Typabfrage fragt also konkret, ob x eine exakt darstellbare Zahl ist. Damit wird abgefragt, ob x eine ganze Zahl ist, die positiv, negativ oder gleich 0 sein kann. In allen drei Fällen wird True zurückgeliefert, sonst False. Diese Abfrage liefert genau dann True, wenn x ein String ist. Diese Abfrage liefert True, wenn x eine Liste ist. Und diese Abfrage liefert True, speziell wenn x eine leere Liste ist. Bis jetzt haben wir uns nur einzelne Funkt Ionen angesehen, aber ein richtiges Programm besteht natürlich nicht nur aus einer einzigen Funkt ION, sondern aus mehreren oder vielen, die sich untereinander aufrufen. Wir werden uns aus Zeit und Platz Gründen hier auch nur ein relativ kleines und nur bedingt realistisches Beispiel ansehen, aber das ist kein Problem, es geht ja nur ums Prinzip. Das Beispiel ist, Berechnung der Steuernachforderung an eine gegebene Person nach Abgabe der Steuererklärung aus Zeitgründen und da es ja nur ums Prinzip geht. Legen wir eine extrem einfache Steuergesetzgebung zugrunde, die mit der Situat ION in Deutschland natürlich allenfalls ansatzweise vergleichbar ist. Dieser Wert soll durch eine Funkt ION berechnet werden, die eine Person als Parameter hat. Diese Person soll ein Strug sein, in dem alle notwendigen Informat Ionen als Attribute gespeichert sind. Wir machen uns in diesem Moment noch keine Gedanken darüber, welche Informat Ionen so alles benötigt werden. Das wird sich im Laufe der Entwicklung des Gesamtprogramms ergeben. Das ist das Prinzip der schrittweisen Verfeinung. Wir überlegen uns bei der Realisierung der Funkt ION Texted natürlich, wie die Steuernachforderung berechnet werden soll, aber nur im Grundsätzlichen. Das heißt, wir überlegen uns die Funkt IONen, in die die detaillierten Berechnungsschritte ausgelagert werden können. Um das Gesamtergebnis, also die Steuernachforderung zu berechnen, brauchen wir erst einmal die Gesamtsteuerforderung für diese Person, die berechnen wir jetzt nicht gleich in allen Details in Texted, sondern rufen einfach eine Funkt ION auf, die das leisten soll. Diese Funkt ION müssen wir dann natürlich hinterher noch definieren. Von der Gesamtsteuerforderung müssen die Vorauszahlungen abgezogen werden, die die Person im Laufe des Steuerjahres geleistet hat. Damit ist die Funkt ION Texted auch schon fertig. Jetzt müssen wir die Funkt IONen definieren. Die wir in Texted aufgerufen haben, wir nehmen uns nur Assessed Text vor. Das reicht für unsere Zwecke. Sie können sich Präperment-Übungsweise selbst überlegen. Die Gesamtsteuerforderung berechnet sich aus dem Einkommen der Person und ihrem Steuersatz. Der Steuersatz ist eine Art Faktor, also Multiplicat ION. Wobei der Steuersatz in einem Steuersystem, das nicht einfach eine Flatex-Rate hat, wiederum durch das Einkommen der Person determiniert ist. Das Einkommen einer Person besteht in unserer einfach gehaltenen Steuerwelt aus einem Gehalt und zusätzlichen Einkünften aus Kapital und ähnlichem. Wie gesagt, ist die hier zugrunde gelegte Steuergesetzgebung extrem einfach, so auch die Berechnung des Steuersatzes. Bis zu einem gewissen Freibetrag sollen gar keine Steuern bezahlt werden. Bis zu einer zweiten Grenze soll der Steuersatz 10% betragen. Oberhalb dieser Grenze soll der Steuersatz dann 20% sein in einem realen Steuerprogramm. Zumindest im deutschen Steuerrecht würde man diesen einfachen Kontausdruck durch eine Auswertung der Steuertabelle ersetzen müssen, aber das Prinzip bleibt dasselbe. Einfache Konstanten wie diese beiden Grenzen können wir natürlich sofort definieren. Die brauchen nicht schrittweise verfeinert zu werden. Wichtig für die Lesbarkeit und Wartbarkeit eines Programms ist aber immer, dass solche Konstanten tatsächlich als Konstanten mit sprechenden Namen definiert und in den einzelnen Funktaonen dann mit diesen Namen verwendet werden. Es wäre fatal, stattdessen die Zahlenwerte direkt an die Stellen zu schreiben, an denen jetzt die Namen der Konstanten stehen. Denken Sie an das Beispiel mit den vier Jahreszeiten und den vier Mosketieren zurück. Diese beiden Funktaonen sind für die Funktaonen Income verwendet, aber bisher noch nicht definiert worden. Wir gehen in unserer einfachen Steuerwelt davon aus, dass das Gehalt monatlich gegeben ist und ausschließlich davon abhängt. Welche Stufe die Person in ihrer Firma erreicht hat neben Bemerkung, scheint wohl ein Land des, nicht mehr, real existierenden Sozialismus zu sein, oder ein Land, in dem nur Mitglieder des öffentlichen Dienstes Steuern bezahlen. Wir unterscheiden in unserer einfachen Steuerwelt nur zwischen zusätzlichen Einkünften aus Immobilienbesitz und zusätzlichen Einkünften aus Kapital, also doch nicht Sozialismus, jedenfalls kein reiner. Beim monatlichen Gehalt nehmen wir fiktive Gehaltsstufen an, die jeweils ein ebenso fiktives Monatsgehalt ergeben. Bei der Definite AON der Funktaon-Level sind wir zum ersten Mal an einer Stelle, an der wir auf die Daten zu einer Person zugreifen. Denn die Stufe einer Person ist einfach ein fester Wert für jede Person und muss nicht durch eine Funktaon aus anderen Daten berechnet werden. Wir haben uns hier dafür entschieden, einen Strukt-Typ namens Person-Data einzurichten und ihm ein Attribut namens Level mitzugeben, in dem die Stufe der Person als positive ganze Zahl gespeichert ist. Auf weitere Attribute des Strukt-Typs Person-Data kommen wir gleich zu sprechen. Aber nicht auf alle zum Beispiel Daten zu Identifikat AON der Person wie etwa die Steuernummer werden wir für unser kleines Beispiel nicht benötigen und daher auch nicht besprechen. Wir müssen noch die beiden Funktaonen Real Estate Income und Investment Income definieren. Als erste Real Estate Income. Dazu fügen wir ein weiteres Attribut namens Real Estate Objects in den Strukt-Person-Data Veränder eine Person mehr als eine Immobilie haben kann. Aus der sie Einkünfte erzielt, soll Real Estate Objects eine Liste von einzelnen Immobilien sein. Die Aufgabe selbst delegieren wir wieder an eine eigene Funktaon Income From Objects, die durch die Liste durchgeht. Nun die Funktaon Income From Objects, die durch die Liste der Immobilien geht und die Einkünfte aus den einzelnen Immobilien aufsummiert. Jede Immobilie erzeugt Einkünfte. Natürlich hat eine Immobilie noch viele andere Attribute, die wir hier nicht besprechen, deshalb wieder ein Strukt-Typ für einzelne Immobilien. Die Aufsummierung der einzelnen Einkünfte folgt exakt dem Schema, das wir schon bei der Aufsummierung der Elemente einer Liste von Zahlen gesehen haben. Der einzige Unterschied ist der, dass nicht einfach das erste Element hergenommen und aufsummiert wird. Denn die Elemente sind ja keine Zahlen stattdessen muss aus jedem Element. Das ja vom Strukt-Typ Real Estate Object ist, dass Attribut Income extrahiert und addiert werden. Jetzt fehlt endgültig nur noch die Funktaon Investment Income. Diese Funktaon ist völlig analog zur Funktaon Real Estate Income. Der Unterschied ist, dass jetzt nicht auf ein Attribut Real Estate Objects, sondern auf ein weiteres Attribut zugegriffen wird, das wir Investments nennen. Auch die Funktaon zur Aufsummierung der Einkünfte aus Investments ist völlig analog zur Funktaon Income From Objects, die wir eben definiert hatten. Auch hier der einzige Unterschied, wie der Zahlenwert aus jedem einzelnen Listen-Element extrahiert wird. Nun fehlt nur noch die Funktaon Preparment. Wie schon gesagt, lassen wir die hier aus. Das Prinzip sollte auch so klar geworden sein. Bis jetzt hatten wir Daten und Funktaonen. Ein grundsätzliches Konzept Funktaonale Apps. Funktaon ist aber, dass Funktaonen im Grunde auch nichts anderes als Daten sind und so auch behandelt werden können. Dieser Grundgedanke wird in Funktaonalen Programmiersprachen wie Racket durch entsprechende Sprachkonzterokte unterstützt. Von diesen Sprachkonzterokten soll im Folgenden die Rede sein. Siehe Zusammenfassung Funktaonen als Daten. Wir schauen uns das erst einmal an einem einfachen, rein Illus-Terat-Ewen-Beispiel an. Und wir beginnen konkret mit der ganz normalen Definite-Aon einer konstanten Namens-At. Allerdings ist der definierende Ausdruck neuen Typs. Nämlich eine Funktaon die konstante At ist also nicht wie bisher vom Typ Zahl oder String oder von einem Struck-Typ. Sondern von einem Funktaons-Typ. Konkret von dem Typ aller Funktaonen. Die zwei Zahlen als Parameter haben und eine Zahl zurückliefern also genau das, was wir schon vorher, bei der Definite-Aon von Funktaonen, als Funktaons-Typ bezeichnet haben. Da At also eine Funktaon mit zwei Zahlen-Parametern ist, können wir At auch so verwenden, also mit zwei Zahlen als Parameterwerten aufrufen. Das Ergebnis ist natürlich 5. Wir können Funktaonen dann natürlich auch als Attribute von Struths hernehmen. Dazu ein beispielhafter Struck-Typ mit zwei Attributen, deren Namen schon andeuten, dass sie dafür gedacht sind, Funktaonen aufzunehmen. Der erste Struck enthält die gerade definierte Funktaon als Attribut FCT1 und die eingebaute Multiplikat-Aon als FCT2. Und der zweite Struck enthält zwei vordefinierte Funktaonen, Subtraktaon und Divis-Aon. Auf die beiden Attribute von Struckta können wir genauso zugreifen wie auf Struckta-Attribute von anderen Typen. Da die beiden Attribute aber jeweils eine Funktaon mit zwei zahlenwertigen Parametern sind, können in Sinuse verwendet werden. Also als Funktaons-Aufruf mit zwei Zahlen als Parametern. Dasselbe geht selbstverständlich auch für die beiden Funktaonen von Struck B. Und natürlich ist man nicht darauf festgelegt, alle Funktaonen aus A oder alle Funktaonen aus B zu nehmen. Natürlich können Funktaonen genauso gut auch als Listen-Elemente verwendet werden. Wir haben nun gesehen, dass man Konstanten und Struckta-Attribute von Funktaon-Typen haben kann. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und betrachten Funktaonen, die ihrerseits erwarten, dass ihre Parameter von Funktaon-Typen sind, beziehungsweise die selbst Funktaonen zurückliefern Funktaonen, die Funktaonen als Parameter oder Rückgabe haben. Bezeichnet man als Funktaonen höhere Ordnung. Sie sind ein grundlegendes Konzept der Funktaonalen Apps Derakt ION. Diese Funktaon hat insgesamt vier Parameter, zwei Funktaonen und zwei Zahlen, immer abwechselnd, und liefert eine Zahl zurück. So wie hier gezeigt ist es üblich, Parameter von einem Funktaons-Typ zu beschreiben. Eben ein Funktaons-Typ für sich. Zur klareren Trennung von den anderen Parametern wie der in Klammern Der Typ dieser beiden Parameter ist also derselbe, Funktaon, die eine Zahl als Parameter hat und eine Zahl zurückliefert. Die Parameter FZT1 und FZT2 werden in der Funktaonen-At-FZT-Results gemäß ihrem erwarteten Typ verwendet. Sie werden jeweils mit einem einzelnen Wert aufgerufen, und die Rückgabe bei der Funktaonen wird als Zahl weiterverarbeitet. Bei den anderen beiden Parametern erwartet die Funktaon-At-FZT-Results. Dass sie Zahlen sind, das ist auch notwendig, denn die beiden Funktaonen-FZT1 und FZT2 sollen ja Zahlen als Parameter haben. Das muss natürlich zusammenpassen. Als nächstes ein sehr einfaches Beispiel für eine Funktaon, die eine Funktaon zurückliefert. Die Rückgabe ist einfach das zehnte, das als Parameter übergeben wird. Das ist neu. X ist kein Datentyp, sondern Platzhalter für einen beliebigen Datentyp, da nach Convent-Io-N immer nur Kleinbuchstaben für alle Identifier verwendet werden. Können wir Großbuchstaben problemlos ohne Namenskonflikte so verwenden? Die Aussage dieser Type-Klausel ist. Es ist egal, von welchem Typ der Parameter ist. Die Rückgabe ist aber garantiert vom selben Typ. Wir haben schon any gesehen. Womit ausgedruckt wird, dass der Typ beliebig ist. Der Unterschied ist, bei einer Funktaons-Typ any minus größer als any kann der Ergebnistyp ein völlig anderer als der Eingabetyp sein. Bei x minus größer als x hingegen sind beide identisch Vorgriff. Wir werden später, Fallbeispiele Map und Fold, sehen, dass die unbekannten Typen nicht immer dieselben sein müssen. Dann werden wir beispielsweise x, y und z zur Unterscheidung verwenden, da es in Racket auch eine Funktaon-Namens-Identity schon vordefiniert gibt, die übrigens genau dasselbe macht, müssen wir unsere Funktaon hier wieder leicht anders nennen. Der Wert dieses Ausdrucks ist die Funktaon-Squerte. Der Name der Funktaon wird von Dr. Racket ausgegeben. Übrigens auch wenn Sie nur Squerte allein als atomaren Ausdruck in Dr. Racket eingeben, da die Rückgabe dieses Aufrufs von MyIdentity eine Funktaon mit einem Zahlenparameter ist, kann die Rückgabe auch gleich auf eine Zahl angewendet werden. Damit haben wir gesehen, was Funktaon höhere Ordnung sind, darauf bauen wir im Folgenden auf. Wenn wir beispielsweise eine Zahl als Parameter übergeben oder als Wert zurückliefern wollen, müssen wir sie nicht vorher mit Define als Konstante definieren und diese Konstante übergeben, sondern wir können einfach die Zahl ad hoc hinschreiben. Zum Beispiel 3.14159 auch Funktaon-Nam würden wir vielleicht gerne ad hoc hinschreiben, statt sie erst vorher mit Define zu definieren vor dem Hintergrund. Dass Funktaon-Namens nichts anderes als Daten sein sollen, ist eine solche Möglichkeit sogar geboten. Dafür sind Lambda-Ausdrücke da. Wir schauen uns ein erstes kleines Beispiel dazu an. Eine Funktaon, die wir FZT-EdVidu nennen. Dies ist dann auch ein erstes Beispiel für Lambda-Ausdrücke. Wir definieren die Funktaon nicht mit Define, sondern schreiben sie einfach ad hoc hin. Insbesondere geben wir ihr nicht einmal einen eigenen Namen. Das ist auch nicht nötig. Denn diese Funktaon soll nur hier einmal und nirgendwo sonst nochmals verwendet werden. Durch das Lambda vorneweg weiß Dr. Reckett, dass jetzt eben solch ein Lambda-Ausdruck kommt. Als erstes folgen die Parameter in Klammern. Wie üblich einfach hintereinander geschrieben ohne Komma oder ähnliches. In diesem Fall hat die namenlose Funktaon genau einen Parameter, den wie Y nennen wir werden später Beispiele mit mehreren Parametern sehen. Als letzter Bestandteil der Lambda-Ausdrucks kommt dann der Ausdruck, dessen Wert durch die Funktaon zurückgeliefert wird. Das Y in diesem Ausdruck ist natürlich der Parameter Y der ad hoc mittels Lambda-Ausdruck hingeschriebenen Funktaon. Das zehnte hingegen ist der Parameter der Funktaon. In der der Lambda-Ausdruck hingeschrieben ist, der Clou ist, dass nicht einfach nur die Funktaon zurückgeliefert wird, wie sie da steht intern, ohne dass wir es sehen und ohne dass wir darauf zugreifen können, wird in Wirklichkeit etwas zurückgeliefert, dass sie sich im Prinzip wie einen Struck vorstellen können, der die Funktaon als ein Attribut enthält und das zehnte als zweites Attribut. Entsprechend noch weitere Attribute, wenn nicht nur der eine Wert x, sondern weitere Werte involviert wären der Fachbegriff dafür, dass eine Funktaon zusammen mit Werten wie dem zehnten in diesem Beispiel intern ein Objekt bilden, lautet Closure, im deutschen Funktaons Abschluss. Wenn wir FZT-Edwardio nun beispielsweise mit der Zahl 10 aufrufen, dann ist x also gleich 10. Der Aufruf von FZT-Edwardio liefert eine Closure zurück, bestehend aus der im Lambda-Ausdruck ad hoc definierten Funktaon und der Zahl 10 als x. Die Anwendung dieser Closure auf die Zahl 5 liefert natürlich insgesamt 10 plus 5 gleich 15. Selbstverständlich geht das auch in zwei Schritten, zuerst eine konstante FZT definieren, deren Wert die Closure aus der mit dem Lambda-Ausdruck ad hoc definierten Funktaon und jetzt der Zahl 8 ist. Dann aufruft der Funktaon FZT mit der Zahl 7, Summe 15. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter mit einer Funktaon. Die zwei Funktaonen als Parameter hat uns daraus eine komplexere Funktaon konstruiert und zurückliefert. Die neue Funktaon hat jetzt also zwei Parameter, beides Zahlen, und liefert auch wieder eine Zahl zurück. Die Closure besteht jetzt aus der Funktaon selbst und zwei weiteren Komponenten, den beiden Funktaonen FZT1 und FZT2. Die im Beispielhaften CheckExpect auf SquareT bzw. Square gesetzt sind. Letztere Funktaon quadriert ihren Parameter. Die per Lambda-Ausdruck ad hoc in addon-arifunctaon ist definierte und dann auch durch addon-arifunctaon ist zurückgelieferte. Declosure hat zwei Parameter wie schon gesagt, werden Parameter wie sonst auch einfach ohne Kommas oder ähnliches aufgelistet. Hier werden die beiden Funktaonen, die jeweils einen Parameter haben, zu einer Funktaon mit zwei Parametern zusammengebaut. Der Aufruf von addon-arifunctaon ist mit SquareT für FZT1 und Square für FZT2 liefert dann eine Funktaon zurück, aus deren ersten Parameter die Quadratwurzel gezogen wird, deren zweiter Parameter wird quadriert, und die Summe aus beiden Ergebnissen wird zurückgeliefert. Das zehnte ist hier gleich 9 und das Y gleich 6, Endergebnis ist also 39. Hier noch eine weitere Beispielanwendung mit zwei selbstdefinierten Anstelle von zwei vordefinierten Funktaonen als Parameter von addon-arifunctaons. Noch einmal kurz die Definite Aon der Funktaon addon-arifunctaons. Exakt wie eben, damit Sie sie auch auf dieser Folie vor Augen haben. Jetzt definieren wir uns irgendwelche zwei Funktaonen, die einen zahlenwertigen Parameter haben und eine Zahl zurückliefern und daher als Parameter für addon-arifunctaons in Frage kommen, was diese beiden Funktaonen genau machen, ist uns hier egal. Sie dienen nur der Illustrat-Aon. Hier rufen wir die Funktaon addon-arifunctaons dann auf. Die beiden Parameter sind die beiden Funktaonen, die wir gerade davor definiert hatten. Der Rückgabewert dieses Aufrufs von addon-arifunctaons ist, wie oben gesehen, eine Funktaon mit zwei zahlenwertigen Parameter nebst den beiden Funktaonen-Times 10 und die 5, die zusammen die Closure bilden. Auf die erste Zahl wird durch die von addon-arifunctaons zurückgelieferte Funktaon dann FZT1 angewandt. Also Multiplikat-Aon mit zehntem auf die zweite Zahl wird FZT2 angewandt. Das ergebt die bis AON durch 5. Die von addon-arifunctaon ist zurückgelieferte Funktaon addiert dann noch die beiden Ergebnisse und die Summe ist die Rückgabe. Natürlich können Lambda-Ausdrücke überall vorkommen, wo prinzipiell auch Werte von anderen Typen stehen könnten, etwa als Attribut eines Struts oder als Element einer Liste. Wir betrachten vier Fallbeispiele für das, was wir bisher gesehen haben. Alle vier haben wir schon gesehen, aber noch nicht in ihrer allgemeinen Form. Die klassische Filterfunktaon ist das erste Beispiel. Wir haben sie schon in der Funktaon als Students gesehen, die alle Elemente aus einer Liste herausgefiltert hat, die nicht vom Typ Student sind. Vergleichen Sie die folgende Definite AON von MyFilter mit der Definite AON von All Students und dem dort formulierten Aha-Effekt. Das ist die gesamte Filterfunktaon in voller Allgemeinheit, da auch die Filterfunktaon schon in Reket vordefiniert ist, nennen wir sie MyFilter. Das hatten wir schon, X ist Platzhalter für einen konkreten Typ. Aber es ist offen gehalten, welcher Typ das ist wichtig ist, dass in beiden Parametern und in der Rückgabe derselbe Typ ein der Stelle ist, die hier jeweils mit X bezeichnet ist. Die Filterfunktaonalität ist, dass aus einer Liste eines Typs X eine andere Liste desselben Typs X konstruiert wird, in dem alle Elemente entfernt werden, die nicht einen gegebenen Filter passieren. Als erster Parameter wird der Filter übergeben, eine Funktaon. Deren Ergebnis ein Wahrheitswert ist, nennt man in der Informatik ein Prädikat. Daher der Name präht für Englisch Predicate. Ein Filter auf einer leeren Liste ergibt natürlich eine leere Liste. Für ein Element der Liste ist die entscheidende Frage, ob das Prädikat für dieses Element erfüllt ist oder nicht. Falls ja, dann gehört dieses Element in die Ergebnisliste. Das heißt, wenn das erste Element das Prädikat erfüllt, dann besteht die Ergebnisliste aus dem ersten Element plus der Anwendung des Filters auf den Rest der Liste, also plus dem Ergebnis des rekursiven Aufrufs von MyFilter mit der Restliste. Erfüllt das erste Element hingegen das Prädikat nicht, dann ist das Ergebnis des Filters für die Gesamtliste gleich dem Ergebnis des Filters auf der Restliste. Das heißt, das Ergebnis des rekursiven Aufrufs von MyFilter mit der Restliste. Beim Aufruf von MyFilter kommt jetzt Lambda wieder ins Spiel. Man kann das Prädikat vorab als bool.scl.io definieren. Aber stattdessen kann man es auch wie hier ad hoc im Aufruf definieren. Hier wird ein Prädikat definiert. Das eine Zahl erwartet neben Bemerkung. Da in Rigit auch komplexe Zahlen eingebaut sind, wird hier genauer gesagt eine reelle Zahl erwartet. Also imaginär Teil 0, sodass der Größenvergleich definiert ist. Die Liste muss dann entsprechend auch homogen aus reellen Zahlen bestehen, die natürlich beliebig gemischt aus ganzzahligen, rataonalen und nicht exakt darstellbaren reellen Zahlen bestehen darf. Denn der Größenvergleich mit der Zahl 10 ist für alle diese Darstellungsarten reellen Zahlen definiert und wird ohne Programmabbruch durchgehen. Das nächste klassische Beispiel, die MapFunkt Ion, transformiert eine Liste in eine andere von gleicher Länge, indem sie jedes Element nach einem festen Schema transformiert. Wir hatten schon einen Fall von Map. Die Funkt Ion²S vergleichen Sie die S²S mit der folgenden allgemeinen MapFunkt Ion Punkt für Punkt und sehen Sie sich den Aha-Effekt an. Auch hier nennen wir die Funkt Ion MyMap, da Map vordefiniert ist. Beim Map wird aus einer Liste eines Typs X eine Liste eines Typs Y konsteruiert. Die beiden Typen X und Y können identisch sein, können aber auch verschieden sein. Daher unterscheiden wir hier die beiden Listentypen durch unterschiedliche Platzhalter. Für den Aufbau der Ergebnisliste verwendet MyMap eine Funkt Ion, die ein Element von Y aus einem Element von X konsteruiert. Das Ergebnis von MyMap bei einer leeren Liste ist natürlich leer. Wenn die Liste nicht leer ist, dann besteht das Ergebnis von MyMap aus der Anwendung der Funkt Ion FZT auf das erste Element der Liste plus der rekursiven Anwendung von MyMap auf die Restliste. Jetzt können wir MyMap wieder mit einem Lambda-Ausdruck aufrufen. Diese Funkt Ion passt zu einer Liste von beliebigen Zahlen, die diesmal sogar komplex sein dürfen. Entsprechend wird eine Liste von Zahlen zurückgeliefert. Ein weiteres Beispiel für die Anwendung von MyMap. Nun mit zwei verschiedenen Datentypen X und Y. Diesmal nicht mit einem Lambda-Ausdruck, sondern zur Abwechslung und zur Gegenüberstellung nun mit einer Funkt Ion, die außerhalb des Aufrufs von MyMap extra definiert wird. Wir hatten den Strukt-Typ Student schon definiert. Die Eingabeliste soll eine Liste von Studenten sein. Die Ergebnisliste soll die Matrikelnummern aller dieser Studierenden enthalten. Also Typ Number. Wir können sogar weitergehen und garantieren, dass in der Ergebnisliste nur natürliche Zahlen vorkommen werden. Denn Matrikelnummern sind bei uns natürliche Zahlen. Als schreiben wir präzise Natural Start Number. Das ist nun die Funkt Ion, die wir zur Verwendung in MyMap definieren. Sie erwartet also ein Objekt vom Typ Student als Parameter und liefert eine natürliche Zahl zurück, eben die Matrikelnummer. Mit der Notat Ion, die wir schon gesehen haben, greifen wir auf das Attribut Enrollment Number des Parameters dazu. Hier schreiben wir nun die Funkt Ion, die aus einer Liste von Studierenden eine Liste von deren Matrikelnummern erzeugt. Aber diese Funkt Ion macht eigentlich nichts selbst, sondern delegiert die Aufgabe an die generische Funkt Ion MyMap von der letzten Folie und verwendet dafür die oben definierte Funkt Ion zur Extrakt Ion der Matrikelnummer eines Studierenden. Das ist das dritte klassische Beispiel, die Faltungsfunkt Ion. Wir haben sie schon in Akt Ion gesehen, als wir die Einkünfte aus Immobilien bzw. aus Investments aufsummiert hatten. Das ist wieder die vollständige Faltungsfunkt Ion in voller Allgemeinheit. Die Funkt Ion MyFold berechnet aus einer homogenen Liste einen einzelnen Wert, der vom selben Typ sein kann oder auch nicht. Daher unterscheiden wir die Typen auch hier wieder durch Benennung mit X und Y. Dazu wird eine Funkt Ion benötigt, die das jeweils aktuelle Listen-Element mit dem momentanen Zwischenergebnis verknüpft, woraus ein neues Zwischenergebnis entsteht im klassischen Beispiel der Faltung. Summert Ion alle Elemente eine Zahlenliste, was letztendlich in leicht verkomplizierter Form auch das Beispiel der Aufzählung der Einkünfte war, ist das die Addit Ion zweier Werte. Wir brauchen auch noch einen initialen Wert für das Zwischenergebnis, mit dem wir dann die erste Verknüpfung mit einem Element der Liste bewerkstelligen können. Bei der Addit Ion ist das die Null. Das haben wir schon bei den Einkünften gesehen. Wenn die Liste leer ist, dann ist dieser initiale Wert auch das Endergebnis. Ansonsten wird das Endergebnis von MyFold berechnet, indem MyFold rekursiv auf die Restliste angewendet wird und das daraus resultierende Zwischenergebnis dann mit dem ersten Element der Liste verknüpft wird. Das klassische Beispiel für die Faltung ist, wie gesagt, Die Addit Ion der Elemente einer Liste von zahlenwertigen Elementen Die Verknüpfungsfunkt Ion addiert das aktuelle Listen-Element X auf die momentane Zwischensumme Y. Auch für MyFold wieder zum Vergleich ein Beispiel, bei dem erstens die Typen X und Y nicht mehr identisch sind und zweitens die Verknüpfungsfunkt Ion nicht ein ad hoc definierter Lambda-Ausdruck, sondern eine separat definierte Funk Ion ist. Eigentlich ist die Faltung und damit auch unsere eigene Implementat Ion MyFold dafür gedacht, Skalare Werte wie eben bei der Addit Ion zu produzierende Ergebniswert kann aber durchaus hysterokturiert sein, zum Beispiel wieder eine Liste. Die Zwischenergebnisse, die durch die Verknüpfungsfunkt Ion-Adlastnahme mit den einzelnen Elementen der Eingabeliste verknüpft werden, sind es dann ebenfalls Listen. Die Verknüpfung besteht dann darin, dass der Nachname des aktuellen Listen-Elements an das Zwischenergebnis angehängt wird, sodass das nächste Zwischenergebnis eine um ein Element erweiterte Liste ist. Bei einer Faltung, die schrittweise eine Liste sozusagen von 0 auf aufbaut, ist empty der geeignete initiale Wert. Dieser Aufruf von MyFold liefert letztendlich dasselbe Ergebnis, als wenn wir MyMap aufgerufen hätten mit einer Funk Ion, die aus einem Studentobjekt dessen Nachnamen extrahiert. Bevor wir zum vierten und letzten Fallbeispiel kommen, schauen wir uns kurz anhand eines einfachen Beispiels an, welche Ausdruckskraft diese drei Funk Ionen erreichen, wenn man sie kombiniert. Als Anwendungsbeispiel nehmen wir wieder Studierende. Wir fügen noch ein Attribut ein, die Gebühren, die ein Studierender semesterweise zu zahlen hat. Falls diese Gebühren nicht für alle Studierenden gleich sind, dann wird man die Gebühren sinnvollerweise zu einem Attribut des Strukttyps Student machen. Allerdings kann die Eingabeliste Elemente beliebigen Typs beliebig gemischt enthalten. Daher wenden wir auf die Eingabeliste zuerst einen Filter an. Konkret unsere selbst gebastelte Funk IonMyFilter. Die Rückgabe dieses Ausdrucks ist die Liste aller Studierenden aus der Eingabeliste. Alle anderen Elemente der Liste sind herausgefiltert. Diese Ergebnisliste, die nur aus Studierenden besteht, ist nun die Eingabeliste für MyMap. Der erste Parameter extrahiert aus jedem Studierenden den Wert des Attributs-Feders. Ergebnis des Aufrufs von MyMap ist also eine Liste der Gebührenhöhen aller Studierenden, die in der Eingabeliste von Sum of Student Ways zu finden sind. Und diese Liste aus Zahlen wiederum ist dann der dritte Parameter für die abschließende Faltung. Wir haben schon gesehen, dass dieser Lambda-Ausdruck zusammen mit dem initialen Wert 0 die Elemente einer zahlenwertigen Liste aufsummiert. In diesem Fall also wie gewünscht die Gebührenhöhen der einzelnen Studierenden in der Eingabeliste von Sum of Student Ways. Nun das angekündigte letzte Beispiel. Auch dieses Beispiel haben wir schon gesehen. Und zwar unter dem Namen Equal-Adsumput-Ion vergleichen Sie die folgende Punkt Ion Punkt für Punkt mit Equal-Adsumput-Ion und sehen Sie sich noch einmal den zugehörigen Aha-Effekt an. Wir betrachten eine neue Implementat-Ion von Equal-Adsumput-Ion, die nicht wie die erste Implementat-Ion auf einen konkreten Fall zugeschnitten, sondern jetzt maximal generisch ist wie wir gleich besprechen werden. Beinhaltet dies auch, dass die Vergleichs-Operate-Ion nicht unbedingt ein Test auf Gleichheit sein muss, sondern ebenfalls maximal generisch gehalten wird. Daher nennen wir die Punkt-Ion auch nicht mehr Equal, sondern Match, um anzudeuten, dass es um irgendeine Art von Abgleich geht. Beide Listen müssen jeweils von einem homogenen Datentyp sein, sonst wird keine Abgleich-Operate-Ion möglich sein, aber die beiden Listen müssen nicht wie bei Equal-Adsumput-Ion vom selben Datentyp sein. Die Abgleich-Operate-Ion liefert natürlich boolean zurück und fällt daher wieder unter den Fachbegriff Prädikat, wieder abgekürzt prädt. Wie bei Equal-Adsumput-Ion, falls eine der beiden Listen leer ist, kann es keine Post-Ion mit einem Match geben. Und der Fall, dass zwar beide Listen nicht leer sind, aber an der ersten Post-Ion kein Match ist, wird ebenfalls so wie bei Equal-Adsumput-Ion gehandhabt. Das ist jetzt anders als bei Equal-Adsumput-Ion. Anstelle eines konkreten, festen Vergleichs-Operators wenden wir hier den Parameter-Prate an. Die generische Funkt-Ion-Match-Adsumput-Ion wenden wir jetzt auf zwei Beispiele an. Das erste Beispiel ist genau die Spezialisierung auf den Anwendungsfall der ursprünglichen Funkt-Ion-Equal-Adsumput-Ion. Zwei Listen von Zahlen, der Abgleich ist der Testaufgleichheit bei der zweiten Implementart-Ion von Equal-Adsumput-Ion. Auf Strings, würde hier es der Ring gleich anstelle des Vergleichs-Operators stehen. Im zweiten Anwendungsfall sind die Listen von unterschiedlichen Typen, eine Liste von Studierenden und eine Liste von Zahlen. Dafür gibt es keine eingebaute Abgleich-Operate-Ion. Wir müssen eine eigene bauen, die das leistet, was wir wollen. Und das ist die Abgleich-Operate-Ion für das zweite Beispiel. Die Rückgabe ist genau dann true. Wenn die Gebührenhöhe eines Studierenden nicht höher als der Wert von x ist, das zweite Beispiel von Match-Adsumput-Ion leistet also insgesamt folgendes. Zu einer Liste von Studierenden gibt es eine Liste von individuellen Maximalwerten. Und Match-Adsumput-Ion liefert genau dann true. Wenn die Gebührenhöhe mindestens eines Studierenden seinen individuellen Maximalwert überschreitet. Dieses Kapitel der FOP ist unter den Titel Funk-Ion-Aler-Apps-Therak-Ion gestellt. Und wie der Untertitel sagt, ist Reket nur ein Beispiel. Wir haben in diesem Kapitel nur ein paar wesentliche Teile von Reket kennengelernt, nämlich nur die Teile, die notwendig sind, um die Grundprinzipien Funk-Ion-Aler-Apps-Therak-Ion auf Basis von einsichtsreichen Fallbeispielen zu demonstrieren. Wenn Sie so wollen, klären wir jetzt am Ende des Kapitels noch, was wir da eigentlich, aus App-Sherak-der Sicht, die ganze Zeit gemacht haben. Das sind erst einmal die beiden grundlegenden Ideen Funk-Ion-Aler-Apps-Therak-Ion. Das muss Ihnen sicher niemand mehr erklären. Das haben Sie durch das ganze Kapitel hindurch selbst gesehen. Dass sich alles um Funk-Ionen dreht, insbesondere der Abschnitt zu Funk-Ion-Aler-Dekompetent-Ion mittels schrittweiser Verfeindung sollte Ihnen das vor Augen geführt haben. Eine Funk-Ion hat einen oder mehrere Parameter, die beliebig komplexe arithmetische Ausdrücke, aber beispielsweise auch Struts, Listen oder sogar Funk-Ionen sein können. Dasselbe gilt für die Rückgabe einer Funk-Ion. Auf die zweite grundlegende Idee wurden Sie mehrfach explizit hingewiesen durch Folien mit Aha-Effekt, auf denen eine sprachliche Beschreibung des Ergebnisses der Umsetzung in Racket-Code gegenübergestellt wurde. Es gibt verschiedene Arten von declarativen Programmiersprachen. Diejenigen, die vor allem mathematische Funk-Ionen im FOK-Ios haben, nennt man Funk-Ion-Aler-Programmiersprachen. Es gibt beispielsweise auch declarativen Programmiersprachen, die primär auf logischen Schlussfolgerungen basieren. Prolog ist das prominenteste Bespiel dafür Vorgriff. Im Kapitel über korrekte Software, Stichwort referenzielle Transparenz, werden wir ein kleines Prolog-Beispiel sehen. In anderen Programmiersprachen, die man die Imperativen nennt und zu denen auch Java gehört, sieht ein Programm grundsätzlich anders aus. Vereinfacht gesagt, besteht ein Programm in einer imperativen Programmiersprache aus einer Folge von Anweisungen, die der Computer auszuführen hat. Wie die Gegenüberstellungen von Beschreibung des Ergebnisses in deutscher Sprache und Racket-Code gezeigt haben sollten, ist der Racket-Code, den wir jeweils geschrieben haben, diese Beschreibung des Ergebnisses, nur nicht in der Grammatik der deutschen Sprache, sondern in der Grammatik der Sprache Racket. Wir haben gesehen, dass Recurs-IoN der Schlüssel dazu ist, daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Recurs-IoN eigentlich das Hauptdirekturmittel in mutmaßlich allen Declarative-In-Programmiersprachen ist. Zumindest in allen, die dem Autor dieses Foliensatzes bekannt sind. Zwar weitere Konzepte Funk-IoN aller Apps der Racket-IoN, die übrigens auch, wenn auch eher spät, Eingang in die Programmiersprache Java gefunden haben und die wir dort auch wieder sehen werden. Generische Funk-IoN wie die drei hier erwähnten oder wie auch Match-At-Equiposit-IoN definieren nur eine Kernlogik, die auf viele Anwendungsfälle anwendbar ist, nämlich die Logik der Filterung, des Mappings oder der Faltung und so weiter. Diese Anwendungsfälle können von verschiedenen Datentypen sein und auch die konstituierenden Parameter, zum Beispiel das Prädikat bei der Filter-Funk-IoN, sind offen gelassen und können in unterschiedlichen Anwendungsfällen daher auch unterschiedlich spezifiziert werden. Diesen Punkt hatten wir deutlich betont und wir hatten auch gesehen, was er bedeutet. So wie Zahlen, Strings und so weiter Parameter und Rückgaben von Funk-IoN sein können, so können das auch Funk-IoN sein. Und so wie wir konkrete Zahlenwerte oder auch konkrete Strings und ähnliches einfach hinschreiben können, können wir auch konkrete Funk-IoN einfach hinschreiben. Wir haben das immer Ad-Hoc genannt. Und so nennt man das auch in der Fachsprache, dieses Hinschreiben einer Funk-IoN Ad-Hoc, ohne sie mit einem Namen vorher zu definieren, ist in Funk-IoN allen Programmiersprachen durch Lambda-Ausdrücke realisiert. Dieser abschließende Aspekt Funk-IoN aller Apps Funk-IoN adressiert nicht die Konz-IoN der Programmiersprache, sondern unsere Herangehensweise an komplexere Programmieraufgaben, die natürlich durch die Philosophie und die Konz-IoN der gewählten Programmiersprache stark erleichtert oder erschwert wird, je nachdem, ob die Philosophie der Sprache mit unserer Herangehensweise gut oder eher weniger gut kompatibel ist. Sie haben ein etwas größeres Beispiel für die Funk-IoN aller der Composite-IoN einer größeren Berechnungsaufgabe gesehen, Stichwort Steuerschuld. Und auch diesen Punkt haben wir in jenem Fallbeispiel gesehen. Erst wenn es nichts mehr weiter an den Funk-IoN zu verfeinern gibt, schauen wir, wie wir die Daten organisieren müssen, damit die Funk-IoN dann darauf zugreifen können. Nicht alle Konst-IoN-Roc der einer Funk-IoN allen Programmiersprache sind typisch Funk-IoN-Al, um Funk-IoN-Ale Apps Therag-IoN zu demonstrieren. Brauchen wir aber zu einem gewissen Grad auch Konst-IoN-Roc der, die nicht unbedingt mit Funk-IoN aller Apps Therag-IoN zu tun haben und die man deshalb auch in anderen Programmiersprachen in ähnlicher Form findet. Einer der Punkte in dieser Aufzählung bedarf vielleicht einer kleinen Erklärung. Wir haben ja gesehen, dass erst bei der Abarbeitung eines Racket-Programms geprüft wird, ob die Typen der einzelnen Operanten wirklich die jeweils Erwarteten sind, also beispielsweise, ob die beiden Summanden in einer Addit-IoN wirklich Zahlen sind in anderen Programmiersprachen wird so etwas schon vorab geprüft bzw. man muss die Typen überall explizit hinschreiben, so dass diese Prüfung möglich wird. Das werden wir bei Java bald sehen. Es scheint der Gedanke bei vielen Leuten verbreitet zu sein. Das Typ Überprüfung zur Laufzeit konstituierend für Funk-IoN-Ale oder allgemeine für der klarer TV-Programmiersprachenseite ist aber nicht so. Es gibt durchaus Ausnahmen in beide Richtungen Vorgriff. Im Kapitel zu Polymorphie werden wir diese Zusammenhänge genau klären. Es gibt noch ein paar Aspekte, die vielleicht nicht typisch Funk-IoN-Ale sind, aber doch in enger Verbindung mit dem Prinzip der Funk-IoN-Ale in den Appsteract-IoN stehen. Rekurs-IoN natürlich, aber auch die spezifische Schreibweise von arithmetischen Ausdrücken einerseits und Funk-IoN-Ale andererseits mit Präfixnotat-IoN und Klammerung die Schreibweise für arithmetische Ausdrücke und Funk-IoN sind damit völlig analog zueinander, so dass das gemeinsame Prinzip hinter beidem betont, sowie die Austauschbarkeit verbessert wird. Wenn man in generischen Funk-IoNen sowohl Funk-IoNs Aufrufe als auch arithmetische Ausdrücke als denselben Parameter verwenden will, dann wäre eine unterschiedliche Schreibweise von beidem sehr hinderlich. Bevor wir an die konkrete objektorientierte Programm-Mischsprache Java gehen, stellen wir hier zur Einstimmung und zum Abschluss dieses Kapitels schon einmal die objektorientierte App-Stirac-IoN der Funk-IoNalen-Apps-Stirac-IoN in den wesentlichen Punkten gegenüber. Wie der Name schon suggeriert, stehen nicht mehr die Funk-IoNen, sondern die Objekte, also die Daten bzw. die Zusammenfassungen von Daten im Zentrum in erster Näherung kann man sich Objekte wie Struths in Reket vorstellen. Funk-IoNen bzw. Methoden werden verstanden als weitere Komponenten von Objekten es ist nicht ganz falsch, aber auch nicht hundertprozentig richtig, sich Methoden vorzustellen als Strukt-Attribute von Funk-IoNen-Typen. Diesen Punkt werden wir später im Kapitel zu objektorientierter App-Stirac-IoN genauer durchnehmen. Hier kommt jetzt ein Punkt hinein, den man bei der Entwicklung von der Clara-Diwin-Programmiersprachen so weit wie möglich vermeidet, nämlich der Faktor Zeit. Ein Objekt hat einen Zustand, und dieser Zustand kann sich im Laufe des Programms auch ändern. Das heißt, seine Attribute können andere Werte annehmen. Die Idee ist, dass die Attribute, die zusammen ein Objekt konstituieren, gar nicht von außen direkt lesend oder schreibend zugreifbar sind, sondern der Zugriff erfolgt über Methoden, die vielleicht noch mehr machen als nur diesen Zugriff zu realisieren. Dafür werden wir bei Java viele Beispiele sehen. Wegen der Zustandsänderungen von Objekten kommt eine zusätzliche kognitive Problematik hinein. Der Ablauf des Programms, also welche Anweisungen in welcher Reihenfolge vom Computer ausgeführt werden, muss zusätzlich fehlerfrei durchdacht werden. Um ein Programm korrekt zu verstehen bzw. Fehler im Programm zu finden, das spielte in diesem einführenden Kapitel zur funkt-ionalen App-Stirac-IoN am Beispiel von Rigit überhaupt keine Rolle, wird aber bei Java unser täglich Brot sein. Schlussendlich noch die Gegenüberstellung bei der Herangehensweise. Die Daten bzw. Objekte stehen bei objektorientierter App-Stirac-IoN nicht am Ende, sondern am Anfang des Designprozesses. Die geeigneten Methoden werden dann auf dieser Basis definiert. Bevor es mit Java weitergeht, sollten wir uns ganz kurz darauf verständigen, was wir unter App-Stirac-IoN eigentlich ganz allgemein verstehen wollen. Der erste Punkt fällt einem beim Stichwort App-Stirac-IoN sicherlich sofort an. Beispiele sind die Funkt-IoN-Fold, Filter und Map. Die Gleitschattige Operat-IoN auf verschiedenen Datentypen mit verschiedenen Faltungen, Prädikaten bzw. Abbildungen gleichermaßen realisieren. Aber dieser Punkt ist genauso wichtig wie der Beispiel-Fold, Filter und Map. Es ist ebenso wichtig, die Unterschiede in den Anwendungen dieser Funkt-IoN, die durch die unterschiedlichen Datentypen und durch die unterschiedlichen Faltungen, Filter und Abbildungen realisiert sind, mitzudenken. Entscheidend ist, dass man von einer oberflächlichen zu einer tiefer gehenden Betrachtung gelangt, also hinter die Fassade schaut. Damit ist das Kapitel zu Funkt-IoN aller App-Stirac-IoN abgeschlossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017